Mein Name ist Esther Jürgens. Ich bin Musical-Darstellerin und Vocal-Coach und ich leite den Urban Musical Club zusammen mit Bella. Ich bin die Bella Garcia, Choreografin, Tänzerin und Musical-Darstellerin. Das Musical ist gedacht für Jugendliche ab 15 Jahren aufwärts, offenes Ende vom Alter her. Es wird darum gehen, dass man seine Träume lebt und dafür wirklich auch kämpft. Es wird viel getanzt, es wird gesungen, es wird gespielt, es wird einen Riesenaustausch geben an verschiedenen Tanzrichtungen und ich bin gespannt, wer alles dabei ist und vor allem, was wir erleben werden gemeinsam. Ich freue mich sehr, neue Menschen kennenzulernen, junge Leute kennenzulernen und sie heranzuführen in die Art Musical-Welt und in die Geschichte von OneVibe. Ich freue mich auf jeden einzelnen Teilnehmer und auf jede einzelne Teilnehmerin, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und wirklich zusammen eine Vision zu verfolgen.